Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Code Octawesome. Wir waren in der letzten Folge bei einem ganz kniffligen Problem stehen geblieben, so wie oft, wenn wir über den Cache sprechen, sind wir in diese Log-Problematik reingelaufen. Und da haben wir jetzt in der Zwischenzeit mit dem Andi noch ein bisschen gequatscht und ein paar andere alternative Ansätze nochmal angeguckt, also über die Task-Library, vielleicht über Callbacks zu arbeiten im Cache und so, aber da hatten wir ja im Prinzip auch schon sehr oft festgestellt, dass das so nicht funktionieren wird, weil wir ja in dem Moment, wo wir die entsprechenden Chunks anfordern, die auch instant brauchen. Und ja, deshalb sind wir tatsächlich wieder bei dem Konzept gelandet, wie wir es hier schon angedacht hatten, nur dass ich jetzt einen richtigen Stift habe und damit richtig arbeiten kann, also ich kann jetzt hier ein bisschen besser schreiben, deshalb machen wir das nochmal kurz in klein und denken uns nochmal drei Szenarien durch, die potenziell kritisch sein können. Also wir sprechen einfach wieder von drei Threads. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei Octo Awesome drei Threads haben, ist im Moment gering, aber vielleicht später mit dem Multiplayer-Aspekt gar nicht so abwegig. Im Moment haben wir ja eben nur zwei. Wir haben den Render-Thread oder beziehungsweise den Background-Thread, der uns die Render-Elemente ranschafft. Und wir haben einen zweiten, der im Prinzip vorne die Physik berechnet. Aber dennoch sollten wir jetzt einfach mit drei oder x oder n oder m Elementen drüber nachdenken, einfach damit wir sicher sein können, dass wir alles richtig machen. So, also wir haben nach wie vor die beiden, die auf c2 zugreifen wollen. Der hier will auf c1 zugreifen. Der ist loaded. Also der kann direkt durch. Aber die kommen in der Reihenfolge auch. Das heißt, der guckt erstmal, existiert c2, läuft vor allem in die globale Log rein und stellt hier drinnen fest, ist nicht da. Das hatten wir ja gerade schon mal, ist nicht da. Ist aber hier noch in der globale Log drinnen. Weshalb er vielleicht die Entität erzeugt. Machen wir das mal so. Also der Creator, der Konstruktor. Und läuft jetzt aber aus der globalen Log raus. Die gibt er dann wieder frei. Ich mache das mal jetzt ein bisschen anders. Die wird hier aufgemacht. Die läuft hier über alle drüber. Der hier, machen wir das doch mal zeitstrahltechnisch gleich mal vollständig. Der hier läuft hier rein. Stellt leider auch fest. Achso, der bleibt aber hier stehen. Entschuldigung. Der bleibt hier bei der Global Dingens hier stehen. Der hier erzeugt diesen hier. Macht aber sofort eine Log auf die kleine. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die malen soll. Machen wir mal eine andere Farbe vielleicht. Na, Rechtsklick funktioniert nicht. Warum? Ähm, okay. Ich wollte eine andere Farbe haben. Na egal, macht eine zweite Log. Die aber nur auf C2-Ebene passiert. Hier wird das Ganze geladen. Und irgendwann ist es fertig. Und die Log wird aufgehoben. Und der ganze Chunk kann dann hier irgendwo hin. Der hier bleibt so lange, bis der hier wieder frei ist. Stellt dann fest, der hier existiert. Hurra. Ist aber jetzt dadurch, dass er Lesen darauf zugreifen will, auf diese Log hier gebunden. Und wartet hier an der Stelle auch, bis das wieder freigegeben wird. Das heißt, wartet auch wieder hier. Und kann dann mit dem fertig geladenen Chunk auch davonlaufen. Der hier läuft hier ran. Global Log ist an. Wartet nur das erste Stück. Nämlich das Abrüfen im Dictionary, beziehungsweise das Erzeugen eines neuen Objektes. Was nicht besonders lange dauert. Und kann dann im Prinzip feststellen, dass alles gut ist. Und davonlaufen. Also direkt davonlaufen. Er wartet nicht mehr, weil die Log eben nur auf C2 ist. Global. Und die hier ist die C2 Log. Und damit müsste das, also C1 müsste dann entsprechend wesentlich schneller rausgehen. Ich habe im Chat gerade einen kleinen Kritikpunkt an meiner Art und Weise das aufzumalen. Weil ich versuche das, die kleine Log muss noch innerhalb des großen Logs gesetzt werden. Das ist ein gutes Argument. Der Andi hat gerade angemerkt, dass ich auf jeden Fall die Log, und das ist auch richtig so, die Log auf jeden Fall schon innerhalb der Global Log setzen muss. Also die Log, die kleine, die C2 Log, die muss natürlich hier drinnen schon passieren. Damit das hier nahtlos überlaufen kann. C2. So. Das stimmt. Absolut. So. Jetzt gibt es noch zwei andere Szenarien. Nämlich der Release. Also dass wir im Prinzip zwei Releases auf denselben... Das gibt aber nicht wirklich ein Problem, ne? Gibt es ein Problem? Wir mahlen es mal auf. Ich mache das mal so. Wir machen das wieder mit... Eins, der will auf C2. Das ist eigentlich egal jetzt. Zwei, der will auch auf C2. Die sind alle geladen übrigens. Und drei will auf C1, wie immer. So, ist aber ein Release diesmal. Wir laufen jetzt aber eine Frage. Brauchen wir den Global überhaupt noch? General Gun Rider. Vielen Dank fürs Abonnieren. Juhu. Ist der überhaupt da? Was? Also wir laufen erstmal in die Global Cache Log. Global. Laufen hier rein. Stellen fest. Super. Ist da. Der hier läuft auch hier rein. Bleibt aber erstmal stehen. Der macht einen Minus, Minus auf die Referenz und verschwindet wieder. Ne, das muss er noch nicht mal hier drin machen. Doch, das muss er hier drin machen. Ne, muss er nicht. Hm, da bin ich mir nämlich eben nicht so ganz sicher. Schauen wir mal. Okay, also der macht den Global Log. Macht einen Minus, Minus außerhalb der Log. Aber eben einen atomaren Zugriff auf den Counter. Und der Andi sagt gerade, sollt den Minus, Minus sollte ich auf jeden Fall innerhalb des. Ja, das. Kostet ja nichts. Machen wir da rein. Das passt schon. Machen wir da rein. Mein anderer Rechner schlägt mir gerade vor, Windows 10 zu installieren. Boah, das ist ganz schön aufdringlich, dieses Update. Das ist der Wahnsinn. So, Minus, Minus. So, dann läuft der hier im Prinzip aber leider auch direkt in die Global. Dann macht der nämlich auch nochmal einen Global Log. ähm, stellt auch hier fest, ist da, macht einen Minus, Minus, stellt aber jetzt fest, dass wir gleich Null sind und muss ein Release machen. Dann würde ich den hier dazu bringen, dass er die Entität, ja das ist die Frage jetzt, lässt er die Entität im Dictionary und persistiert weg und nimmt sie dann aus dem, also das ist die Frage, nimmt es die Entität erst aus dem Dictionary, wenn es persistiert ist oder sofort? Und das ist jetzt ein großes, das ist jetzt ein großes, das ist jetzt die große Frage, irgendwann geben wir das Ding hier frei und zwar sollte das bald passieren und zwar direkt nach dem Krams hier. Die Frage ist nur, was passiert als nächstes? Ähm, jetzt kämen natürlich die Global Log und würde den dritten, das ist uns jetzt aber echt mal scheißegal, der ist gar nicht so wichtig. Die Frage ist, was passiert mit dem hier jetzt? Das ist ein Szenario, das noch interessant ist und das dritte Szenario, das hat der Andi gerade angesprochen, wir haben den hier, der macht einen Minus auf C2, machen wir das auch mal hier, Release, Release, damit das klar ist, was die da tun und die hier versuchen einen Subscribe und einen Subscribe und auch einen Subscribe. Ähm, zwei macht aber einen Subscribe auf C2, aber erst nachdem der hier released wurde und das ist im Prinzip auch die Frage, was soll jetzt hier passieren? Ähm, der dritte ist uns jetzt auch mal egal, also letztendlich ist genau das Szenario das Problem, wenn jetzt hier ein dritter kommt, machen wir das doch mal, komm, machen wir das nochmal so, der macht jetzt ein C auf das und dann haben wir nämlich nur noch ein Szenario, wie schön. So, das heißt, der hier wartet jetzt eh, bis das alles hier vorbei ist und stellt jetzt an der Stelle was fest? Soll der die Entität finden oder nicht? Wenn er sie findet, haben wir das Problem, dass sie mitten in der Persistierung ist. Wenn er sie nicht findet, haben wir das Problem, dass das noch in der Persistierung ist, während der hier schon versucht, es zu laden. Deshalb wäre ich Fan davon, wenn wir hier eine lokale Log auf diese Entität haben und noch nicht entfernen, damit wir wenigstens einen Synchronisationspunkt haben in irgendeiner Form, auch wenn der dann gleich feststellt, dass das Objekt nicht mehr da ist. Das wäre natürlich saudoof. Das heißt, das ist ein Sonderfall, den wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Also, wir ziehen hier mal den Log auf C2. Hier passiert die Persistierung. Und hier haben wir einen Positiv. Also, der hier findet gerade den Zugriff, läuft aber in die Log rein. So. Im kleinen Log persistieren, sagt Andi, das sehe ich auch so. Also, hier passiert dann die Festplatten-Sache. Aber, nachdem wir hier durch sind, ist C2 gelöscht. Also, eigentlich haben wir danach ein leeres, weil der hier wird dann weggeworfen, persistiert und weggeworfen. Und das bedeutet automatisch auch, richtig, Andi sagt auch, nie halb geladen, das heißt, der hier wird weggeworfen. Mülltonne. Zu viele Symbole. Ich weiß nicht. Okay. Ich gebe das Ding hier wieder frei. Es ist aber schon nicht mehr im Dictionary drinnen. Ach nee, da wird es dann aus dem Dictionary rausgenommen. Danach. Oder im Log drinnen. Noch im Log wird es aus dem Dictionary entfernt. Wobei ich dann wieder ein Log auf das Ding hier brauche. Nach der Persistierung mit globalem Log, Ref-Count prüfen und nur wenn immer noch 0, auch den Container löschen. Okay, wir geben irgendwann C2 frei. Das wird danach passieren. Es muss aber aus dem Dictionary entfernt werden. Das könnte grundsätzlich hier passieren. Das sollte vor allem passieren, bevor die lokale Log entfernt wird. Machen wir das mal kurz so. Global. Dann wird das hier entfernt. Dictionary. Und jetzt haben wir leider das Problem, dass wir hier nach dem Log hier, und hier wird die GL wieder freigegeben, dass wir nach dem Log hier feststellen, ach du Scheiße, das ist echt blöd. Also das ist noch ein Szenario, das ist echt blöd. Wir finden hier den Container. Also Andi sagt es auch gerade im Chat. Wir finden hier den Container. Ich hole meinen Chat hier rein, damit ihr mal mit seht, was hier noch passiert. So, kurze Ausnahme mit Chat. Achso, wenn ich dann jetzt hier... Der bleibt natürlich nicht vorne. Lokaler Log, RefCount, Count, Minus, Minus. Das ist klar. Ich muss das leider trotzdem. Dann steht hier drinnen 0. Und jetzt haben wir das Problem, dass der hier natürlich die Referenz kriegt. Also 3 kriegt die Referenz, aber dort ist ein RefCount von 0 drin. Was passiert? Achso, und der kann es ja dann nochmal laden. Ja, das können wir eigentlich machen. Dann kriegt der das. Der wird dann irgendwann einsteigen bei dem Punkt. Puh. Vor allem, weil es ja dann nicht mehr im Dictionary drinnen ist. Diese Doppel-Loks, die machen wir wahnsinnig hier gerade. Ich mache gerade mal ganz kurz den hier nach vorne, damit das klar ist, dass das der Global ist. Global-Lok. So. Der hier würde dann hier einsteigen. Und wenn Ref gleich 0, dann Sonderfunktion. Da müsste man es dann laden. Ja, das mache ich ja. Den Container, der Hinweis gerade, dass das nur mit globalem Cache, mit globalem Log aus dem Dictionary entfernt. Das passiert hier. Nur der dritte Thread wartet auf den lokalen Log bis hier. Und läuft hier beim Release des lokalen Logs weiter. Der stellt also fest, dass dieses Objekt, das er da gerade gekriegt hat, eigentlich gar keine Referenzen mehr hat und eigentlich auch leer ist. Weil das ist der Hinweis darauf, dass es gerade released wurde, vollständig. Das würde dazu führen, dass wir es eigentlich wieder ein Reload machen müssen. Reload. Und käme dann in die Situation hier. Also hier an die Stelle. Das ist quasi gleichzusetzen mit dem hier. Ne, gar nicht wahr. Den C-Tor haben wir. Also im Prinzip laufen wir an der Stelle weiter. Das heißt, da kommt jetzt wieder der lokale Log ins Spiel. Der müsste dann halt so... Den lokalen Log mache ich ja eh mit dem Plus Plus, ne? Ja. Das heißt, hier mache ich ja sowieso wieder eine lokale Log. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter mit den ganzen Logs. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. Mit dem laufen wir sowieso in die lokale Log. C2 wieder. Und da können wir es entweder... Entweder ein Plus Plus. Achso, das ist jetzt eh das Szenario, wo es entladen ist. Das heißt, da wissen wir jetzt ifref gleich 0. Dann laden wir das ganze Ding wieder. Machen dann... Wir müssen uns aber ins Dictionary einfügen dann wieder. Das machen wir normalerweise nicht. Das passiert vorher. Jetzt wird es kompliziert. Vor allem, weil ich den Counter wieder im Hintergrund habe. Da ist er. Die Zeit läuft uns davon. Die Zeit läuft uns davon. Aber gut, dass wir das Wichtige durchsprechen. Das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Diese Stelle ist noch kritisch. Also hier kann es jetzt einfach passieren. Hier wissen wir jetzt, dass es nicht mehr im Dictionary ist. Das heißt, das ist eigentlich der automatische... Das muss sofort wieder in den Stick drehen. Dann brauchen wir nochmal einen lokalen... Globalen Lock. Sehr gut, weil der ist ja noch gelockt bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, was wir hier machen. Okay. Ich glaube, das wird gut. Ja. Also wir werden an der Stelle natürlich feststellen, dass RevCounter 0,0 ist. Und werden an der Stelle dann einfach ganz kurz einen Global Lock machen nochmal. Der läuft ja dann bis hier. Das heißt, wir warten hier bis zu dem Zeitpunkt, wo der andere Global Lock beendet ist. Und machen hier wieder einen Global Lock. Und sorgen jetzt dafür, dass es wieder ins Dictionary reinkommt. Und zwar leer, so wie es auch im Prinzip beim Subscribe passiert. So wie hier. Und wir laden es dann außerdem. Aber nicht im Global Lock, sondern den geben wir wieder frei. Gott, scheiße. Wir sind aber noch im lokalen Lock drin. In C2. Laden den ganzen Rotz. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sind. Und dann geben wir C2 wieder frei. Und können dann raus. Lockorder einhalten. Nö. Nö, es sind ja zwei unabhängige Locks. Wobei natürlich, ich überlege, ob es ein zweites Szenario gibt. Indem ein Subscriber in diesen Deadlock reinläuft. Also die Gefahr, das was Andi gerade sagt, dass wir uns mit zwei Locks gegenseitig ausschließen. Also was passiert, wenn vier kommt und quasi gleichzeitig einen Subscribe auf C2 machen möchte. So, der läuft dann da rein. Läuft auch wieder da rein. Wartet also, bis der ganze Scheiß hier durchläuft. Würde hier kurz überlegen. Der läuft ja an die Stelle. Stellt also auch hier fest. Yay. Wir haben einen Eintrag, weil er ist noch nicht entfernt. Wartet aber hier, weil der C2 ja noch im Lock ist. Bis zu diesem Punkt hier. Und würde hier jetzt versuchen, einen Lock auf C2 zu machen. Nee, gar nicht wahr. Wo ist denn C2 zu Ende? Da. Nee, der wartet auch noch, weil der holt sich ja, der da läuft ja gleich in diese Lock. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich sehe gerade kein Problem. Weil dieser Thread braucht den Global Lock eigentlich nicht mehr. Erst zu dem Zeitpunkt, wo er den abholt, das passiert hier. Habe ich einen Denkfehler drin? Klar ist dieses Durcheinander nicht so cool. Das sehe ich ein. Hätten sie anders einfärben sollen. Das hätte die Sache ein bisschen... Wir können sie natürlich noch anmalen. Also, dass wir andere Farben machen. Machen wir da mal blau. Die Global Lock ist blau. Nochmal Global Lock. Lalalala. Hier ist nochmal eine Global Lock. Die geht über diesen Bereich. Und hier wird es natürlich kritisch an der Stelle. Klar. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, hier ist wieder eine Global Lock. Ich glaube, das wird super. Machen wir das mal bis zum Ende. So, dann malen wir mal noch die lokale Lock rein. Die machen wir rot. Lokale Lock. Wo ist mein Stift? Ich sehe den roten Punkt nicht da. Die läuft dann hier lang. Überschneidet sich hier mehrmals mit der globalen. Das könnte kritisch werden. Und die letzte geht dann bis nach da unten. Macht es nicht übersichtlicher, ne? Macht es nicht übersichtlicher. Schön. Wollen wir es implementieren? Mit der Reihenfolge der Logs können wir uns ja dann noch überlegen. Brauchen wir Reader-Writer-Logs? Macht das irgendwie Sinn? Ich sehe gerade keinen Sinn da drin. Ich hatte gehofft, dass wir mit einer globalen Reader-Writer-Geschichte klarkommen. Vielleicht irgendwann auf lokaler Log-Ebene. Lokale Log-Ebene. Lesender Zugriff unterscheiden wir da überhaupt? Zwischen lesendem und schreibendem Zugriff? Ich weiß es nicht. Wir müssen es implementieren. Ansonsten kann ich es mir gerade echt nicht vorstellen. Wir machen das morgen. Und dann wird es spannend. Mit lokalen Logs. Mit globalen Logs. Mit mehreren Threads, die aufeinander liegen. Und hoffentlich nichts kaputt machen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es denn heißt. Let's Code Okta Awesome. Bis dahin. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020